Wäre es nicht wunderbar, wenn der ganze Stress weg wäre, wenn wir nicht versuchen müssten, uns selbst zu optimieren, nach dem zu suchen, was es wirklich braucht, um das in die Welt zu bringen, was wir wollen oder zumindest unser Leben so zu machen, wie wir es haben wollen. Wir suchen alle nach diesem einen Schlüssel, nach diesem Geheimnis, das uns enthüllt, wie das funktioniert. Aber es gibt irgendwie kein Geheimnis, nichts, wonach wir ewig suchen müssten zumindest. Es gibt nur das, worin wir warten können, wohin wir zurückkehren können und das sind echt wir selbst. Wir haben nur so viel verlernt, weil es uns abtrainiert wurde. In Wirklichkeit wissen wir alles. In Wirklichkeit wissen wir, wie es geht. In Wirklichkeit müssen wir nur dafür sorgen, dass wir uns wohlfühlen, dass wir zuversichtlich sind, dass wir nach dem Glück streben, dass wir versuchen, uns so gut wie möglich zu fühlen. Eigentlich ist das das ganze Geheimnis. Wir alle sind so konstruiert, dass wir nach Glück streben. Aber wir haben das irgendwie vergessen. Wir streben nach allem Möglichen, aber wir streben nicht danach, wirklich glücklich zu sein. So, wenn wir das ab jetzt verfolgen, ich will glücklich sein, werdet ihr sehen, wie einfach plötzlich alles ist.